Lange saß Simon Polt am Küchentisch und schaute vor sich hin. Dann legte er den Kopf auf die Unterarme und schlief ein wenig. Als er aufwachte, hörte er ein leises Maunzen vom Badezimmer her. Erst war neben dem Türstock nur ein goldgrünes Auge und ein Ohr zu sehen, dann zeigte sich der restliche Kater und kam zögernd näher. »Czernohorski, alter Freund, ich hab ganz auf dich vergessen!« Polt stand auf und füllte den Futternapf. Als der Kater satt war, sprang er auf die Knie seines Ernährers, ließ sich gewichtig nieder und rülpste, weil er wieder einmal zu hastig gefressen hatte. Polt streichelte ihn Gedanken verloren. Dann stand er auf, setzte Czernohorski auf den Boden und ging ins Bad. Kaum eine halbe Stunde später verließ er das Haus und suchte den Kirchenwirt auf. Franz Greisinger, von Stammgästen kurz Franz Greis genannt, warf ihm einen nachdenklichen Blick zu. »Grüß dich, Simon. Alles in Ordnung, soweit?« »Vom Wegen Ordnung. Eigentlich sollte ich mich ausschlafen, aber es geht mir nicht so gut und ich denke, dass es besser ist, wenn ich unter die Leute gehe.« »Nur recht hast du. Schlimm, das mit dem Willi für dich, nicht wahr? Aber du solltest dir nicht so viel antun, wegen dem.« »Und warum nicht?« »Es war doch kein Leben, das der geführt hat. Dem ist es gar nicht zu Bewusstsein gekommen, als es aus war.« »Du, der Willi hat mehr wahrgenommen, als man glauben möchte, auf seine Weise.« »Vielleicht ist er oben am toten Hengst einem Vogel nachgelaufen und dabei abgestürzt. Dann wäre es sogar irgendwie ein schöner Tod gewesen.« »Ich würde gern daran glauben,« sagte Polt, »aber ich tue es nicht.« »Deine Sache.« »Kaffee?« »Ja, bitte.« Polt nahm einen Schluck und hatte im selben Augenblick Magenschmerzen. »Etwas anders. Dieser Horst Breitwieser, war der öfter bei dir?« »Ja, eigentlich täglich. So um dreiviertel fünf nach seinem Spaziergang. Nachdem hast du die Uhr stellen können. Er hat ein Viertel Rotgipfler getrunken und Zeitung gelesen. Kein unfreundlicher Mann, aber schweigsam und ziemlich reserviert. Andere Gäste hat er nur knapp gegrüßt. Geredet hat er mit keinem. Und keiner mit ihm, nicht wahr?« »Ja, stimmt. Natürlich.« Franz Kreis stellte ein paar Gläser ins Regal. »Die Bauern wollen mit denen vom Gutshof nichts zu tun haben. War schon immer so. Das ist eine andere Welt.« »Aber der Riebel Rudi war nicht so wählerisch mit seiner Unfallmasche?« »Dem war es doch egal, woher das Geld gekommen ist.« »Vom wegen Geld. Weißt du, wie es dem Breitwieser so geht?« »Du, keine Ahnung. Geredet wird natürlich schon. Die einen halten ihn für einen stinkreichen Geizsalz und die anderen für einen arroganten Bettler.« »Na dann.« Bolt ging zu seinem Fahrrad. Ohne viel darüber nachzudenken, bog er in den nach Norden führenden Güterweg ein, von dem Horst Breitwieser gesprochen hatte. In dieser Gegend verebten die Hügel des Wiesbachtales im flachen Land. Bolt erreichte eine kleine Baumzeile. Früher, erzählten die Leute, hatte es auch hier eine Kellergasse gegeben. Ein einziges Presshaus war noch übrig. Ein paar hundert Meter weiter war der Weg nicht mehr asphaltiert und Bolt hielt sich an eine der Radspuren. Hinter einer Buschgruppe bog der Weg nach Westen ab und nun war der Runhof zu sehen. Schwer und bestimmend lag der große Gebäudekomplex in einer flachen Senke. Als Bolt näher kam, bemerkte er, dass Dachziegel fehlten und Fensterscheiben zerbrochen waren. Durch die kleinen Maueröffnungen des Stallgebäudes leuchteten matt Glühbirnen, es stank nach Viehmist, das mächtige Hoftor mit seiner schönen barocken Umrahmung hing schief in den Angeln. Daneben gab es eine kleinere, mit Eisenblech beschlagene Tür, die einen Spalt offen stand. Simon Bolt wollte gerade anklopfen, als die Tür vollends aufschwang. Ein großgewachsener, breitschultriger Mann trat ihm entgegen. Was haben Sie hier zu suchen? Simon Bolt ist mein Name. Ich hätte gern mit dem Herrn Breitwieser geredet. Ach so, mit dem. Der Unfall, nicht wahr? Ja, der Unfall. Bolt schaute sein Gegenüber ruhig an. Er hatte noch nie einen so schmutzigen Menschen gesehen. Die Arbeitskleidung schien noch sauberer zu sein als seine grindige Haut. Ich bin Fritz Brenner, der Mann für den Stall. Ich wollte nicht unfreundlich sein, aber das wird man irgendwie hier draußen. Und wünschen Sie sich nicht, dass ich Ihnen die Hand reiche, Herr Bolt. Das wäre eine ziemlich anrühchige Form der Höflichkeit. Sind Sie vielleicht Gendarm? Ja, aber nicht im Dienst. Umso besser. Mit Uniformen habe ich Probleme. Besonders mit solchen im Kopf. Denken Sie an was Bestimmtes? Freilich. Und an den unverdächtigen Mantel darüber. Bolt musterte sein Gegenüber zunehmend interessiert. Sollten wir nicht einmal in Ruhe miteinander reden? Gute Frage, Fritz Brenner grinste. Aber erwarten Sie keine Antwort von mir. Schluss jetzt! Bolt bemerkte eine magere Frau mit straff zurückgekämmtem Haar, die aus dem Hoftor gekommen war und den Zeigefinger auf ihre Lippen legte. Leise bitte! Mein Mann schläft. Es geht ihm nicht gut. Der Schock. Andrea Breitwisser ist mein Name. Sie sind Inspektor Bolt, nicht wahr? Äh, ja. Ich möchte nicht stören, aber wenn wir ein paar Worte reden könnten? Natürlich. Ich bitte Sie nur nicht ins Haus, Sie wissen schon. Machen wir einfach einen kleinen Spaziergang. Und du hast doch sicher was zu tun, Fritz, nicht wahr? Brenner nickte, legte einen Augenblick seine Hand auf ihre Schulter und wandte sich ab. Gehen wir? Frau Breitwissers Stimme klang kraftlos. Bolt fühlte sich unbehaglich. Er suchte nach Worten. Ähm, es ist so. Ähm, ich bin nicht als Gendarme hier, wie Sie sehen. Ja? Und? Sie war stehen geblieben. Äh, wir haben gute Gründe anzunehmen, dass Herr Riebel zumindest Mitschuld an dem Unfall ihres Mannes trägt. Was macht das schon aus, Inspektor? Es ist alles vorbei. Es war immer ein erbärmliches Leben hier. Doch jetzt ist das Unglück komplett. Wird vielleicht nicht so schlimm werden. Na, danke jedenfalls, dass Sie helfen wollen. Seit wann wohnen Sie eigentlich hier auf dem Runhof? Gleich nach dem Krieg sind wir hergekommen, als junge Leute damals, viel zu früh erwachsen geworden. Wir haben es nicht ausgehalten in diesem zerbrochenen, entehrten Wien. Kinder? Ach, wissen Sie, Herr Inspektor, erst war es eine Pflicht, sie zu kriegen und dann ein Unglück, sie zu haben. Es ist bitter, verzichten zu müssen. Die beiden hatten Kehrt gemacht und gingen jetzt schweigend auf den Runhof zu. Dann dachte Polt laut nach. Vielleicht gibt es ein Detail, das Ihr Mann bisher nicht beachtet hat und das ihn entlasten könnte. Frau Breitwieser trat heftig mit der rechten Schuhspitze gegen einen kleinen Stein, der auf dem Weg lag. Ich werde mit meinem Mann darüber reden. Und er wird Sie natürlich gerne empfangen, sobald es ihm besser geht. Sie sind jederzeit willkommen hier. Bis bald demnach. Ja, 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 bis bald. Polt setzte sein Fahrrad in Bewegung und spürte, dass er nun doch sehr müde war. Polt setzte sein Fahrrad in Bewegung und spürte sein Fahrrad in Bewegung und spürte,